Du hättest sie nicht aus der Schule geben sollen. Oh, sie muss mitverdienen, sonst kommen wir nicht durch. In der Schneiderei, da suchen sie gerade... Nein, meine Frau geht nicht arbeiten. Ende. Was ist denn hier heute los? Hier ist ein Geschäft gelegen. Du lässt auf, dort zu arbeiten. Das dort ist unanständig. Du wirst woanders arbeiten. Meine Leichen. Warum ist da nicht ein bisschen Dankbarkeit? Wofür soll ich denn dankbar sein? Dafür, dass du auf der Welt bist zum Beispiel. Wenn es mit Mama so anstrengbar ist, dann danke. Danke, Papa. Danke.